Die Kinder der 6. und 5. Klasse haben einige Experimente vorgeführt. Viel Spaß! Also es gibt hier kleinen und großen Flamm und wir haben hier was kleines vorbereitet. Also das mit kleinen Flamm. Das gesund ist. Okay, jetzt brauchen wir einen Freiwilligen, der einen 5-Euro-Schein hergibt. Wir brauchen für unser nächstes Experiment einen Geldschein. Den Fall drauf? Keine Sorge, ich kippe ihn auch wieder. Achso. Ja. Hat jemand einen dabei? Nein. Aber wer hat nicht wiedergegeben? Nee, das werden wir Ihnen nicht ganz versprechen. Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Also wir werden den Geldschein jetzt in eine Lösung tauchen. Also bei unserer Probe ist das mal passiert. Aber ich kann nicht sagen. Schön eins auf. Schön eins auf. Das schafft man hoch. Okay. Okay. Koffen. Jetzt halten wir die Monsalier. Kort in die Flamme. Rausnehmen. Feuer. Und noch ein bisschen trocken. Und schon ist er wieder der Alte. Cool. Und jetzt werden euch noch einmal andere Kinder andere Experimente brauchen. Alles da. Und das Experiment heißt Salz bis Fleisch. Nicht Salz darf. Nicht gleich Salz. Der ist nicht besser. Und... Vielen Dank. 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 Und was tut ihr? Spülmittel gießen und das ist die Elefantenzampasta. Sie? Sie kann Flammen zum Leben verwecken. Ja, das ist die... Und das ist die... Hier brennt... So ein... Das ist die... 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 Mensch, das ist die... 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 Das ist die...